Ist was passiert? Du musst mich überfahren! Feuer aus der Stadt. Nordost. Links vom Rauch. Ich hab so viel Rauch gebrochen. Rechts vom Rauch ist auch nicht mehr. Oben bei dem Haus ist wer. Oh nein! Aber dahinter wo du mich erschossen hast, dringt dann irgendwo das einer. Nein! Irgendwo eine Tunguska oder was? Oh der steht noch! Da können wir alle einsteigen gleich. Reparieren! Steffi, schnell! Ja wir auch wenn du so sprichst. Reparieren, reparieren! Ja irgendwas dickes fahren. Ich auch. Ja wahrscheinlich das was die abgeschossen hat. Naja das kommt aus anderen Regeln. Was habt ihr noch an Werfern? Ich hab nichts. Von wo kamen denn die Raketen? Von der Insel hinter uns. Ok. Irgendwo muss doch, ist der Petschi auch schon rum? 100 Meter. Front. I see movement. Rifleman. 100 Meter. Front. Höhen nicht mehr. Ich repariere. Aber hier ist tut mir leid. Versuchen wir es und steigen ein? Gucken wir uns die Tobi macht. Hier unten. Wie würde ich zuerst einsteigen lassen? Bleib mal in der Nähe vom Heli. Und außerhalb der Explosionsreichweite. Ja die kommt zurück. Die Piloten kommt zurück. Versuchen wir es? Aber das fährt doch hier denn auch. Also wir sind mit Sicherheit tot wenn wir einsteigen. Da ist auch eine Straßensperre an der Stadt. Kommen schon von da. Ok. Da kommt es her. Ja da ist die Straßensperre. Ok. Das MG muss da glaube ich auch noch rausfliegen. Ja ich habe es versucht aber ich treffe nicht. Da steht auch ein Panzer. Direkt wenn wir ihn hier an den Hals holen. Das ist nicht gut dass er seinen Motor wieder startet. Das ist ein schlechtes Zeichen. Lebst du gerne? Er startet wieder. Lebt gerne? Ok. Was sagt der denn? Ich hab das Handy raus. Schild. Auf der Lebensmühle? Komm wieder zu Land eigentlich rein. Der Panzer da schießt. Jetzt kommen wir hin. Danke. Ich bin direkt neben der Straßensperre. Leider keinen. Ah Steffi. Entschuldigung. Steffi komm da weg. Bist auf der falschen Seite der Häuser. Ich bin in eins reingegangen. Bei der Panzer ist neutralisiert. Das ist ein Komp. Ok es ist wieder gelandet. Ich glaube wir können aber rein. Der Mann ist ja jetzt der Köder. Steigt wieder. Er landet wieder. Er wird jetzt von rechts noch geschossen auch. Ja, von hinten von rechts. Ich glaube, ich muss noch mal repartieren, wenn er rauskommt. Der kommt drüber. Jetzt hat er wahrscheinlich Probleme zu lassen, wo er hin ist. Schießend aus Nord. Ach so, Hansolkexen. Es driftet. Das sieht echt nicht gut aus. Ist noch irgendwas größeres. Nicht langsamer werden, schneller. Oh, der erste Pilot ist raus. Ich glaube, das war's. Ich glaube, wir können ihn nochmal. Wer da geschossen hat. Da kam von dir welche. Sehr schön. Noch ein BTR. Er steht, er steht, er steht. Dann abzug. Er hat da ein bisschen Deckung. Soll ich erst einsteigen, dann reparieren und dann Steffi auch noch ganz schnell einsteigen. Obwohl man wieder startet. Ja, die Kerner muss auch nicht ansteigen. Wenn die das so rauskommt. Nein. Nein. Da hinten steht er. Alle? Haben wir noch wen? Wesen. Ne, irgendwer muss noch leben. Ein Platz ist unbesetzt, der muss irgendwo rumlaufen. Hinter Steffi im Haus. Ab! In dem Haus da. Eine Granate ins Fenster geworfen. Soll ich das mal her? Ja. Ach, muss ich gar nicht. Hä? Wieso ist der jetzt nicht kaputt? Er ist komplett weiß. Neo, hast du wieder was gemacht? Nein. Okay. Wahrscheinlich sind nur die Typen rausgeschossen drunnen. Okay. Er ist auf dem Piloten jetzt? Ja, beide Piloten vorne sind tot. Also, sollen wir einsteigen jetzt? Alle rein, alle rein. Ich glaube, wie startet das Ding? Nö. Was? Nicht? Ich bin Co-Pilot. Ich auch. Ich habe die Zeit von Neo. Ich habe die Zeit von Neo. Ja, du sagst, du fliegst. Du kannst fliegen, aber nicht. Du fliegst. Na, du musst noch mal steigen. Gut. Ne, das muss sich hier drehen. Ich habe Angst. Ich werde mich hier drehen. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Das Kollektiv wird ganz langsam wehren. Ja. F manager. Ich bin der Name. Und ich brauche nach dem Fliegen. Wenn ich Schiff drücke, das Kollektiv ist ganz langsam hochgegangen. Untertitelung des ZDF, 2020